Jetzt sagen wir fangen an, wir gucken uns doch einmal hier an, was es hier gibt. Also, wir haben eine erhöhte Chance auf Dex-Charaktere und die neuen Charaktere, die gekommen sind, sind alle, die auf dem Bild hier drauf sind. Nämlich Kit, dann Bonnie, X-Drake, den ich eventuell gebrauchen könnte, denn der ist ein Int-Charakter. Dann diesen Kapone-Typen, der aus diesem krasser Mafia-Boss und den Apu, den wir wahrscheinlich sogar bekommen werden, denn, wie gesagt, erhöhte Chance auf Dex-Charaktere und der ist ein Dex-Charakter, also werden wir den eventuell bekommen. Soll ich jetzt schon direkt die Nase benutzen? Ich benutze direkt die Nase, okay. Kraft der Nase. Für alle Leute, die jetzt nicht kennen, die denken sich jetzt, what the fuck. Mein Nose-Glück ist kaputt gegangen, den bekomme ich? Den kann man bekommen, der ist doch voll scheiße. Okay, meinen Nasenglück, aber den habe ich schon nicht gehabt, also von daher. Kraft der Nase, Kraft der Nase, super Nase. Wenn ich jetzt schnell an Silber bekomme, dann ist meine Nose-Polikraft kaputt gegangen. Gold, den bekommen wir, wie bekommen wir, wie bekommen? Einen Guardpoint-Check? Checker, Guardpoint-Chopper, okay. Okay, ist schon mal besser als der komische Gin-Typ da. Ach, ich schätze auf Level 20, stimmt, ist ja ein grüner Charakter. Okay, okay, jetzt musst du es mit dem Fuß machen, okay? Dann mach ich halt mit dem Fuß. Geht dann überhaupt durch den Strumpf durch? Ich glaube schon. Ich probiere da gerade in die Kammerzeit, ich bin zu dumm. Wie bekommen wir? Ah, ein goldiger Charakter, es ist. Oh, schon wieder Beppo, den habe ich da schon. Nose-Pol, okay, jetzt ist die Frage. Nose-Pol hat eigentlich geklappt und Fuß-Pol auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich bin da, woher ich mein Elbow-Pol, so. Geil, mein Elbow, mein Elbow, mein Elbow ist zu dumpfer, alles. Ich kriege nichts mehr. Aber ich habe noch zwei goldene bekommen, auch wenn die jetzt nicht so toll war. Kommen wir, wo kommen wir jetzt? Schon wieder goldene, okay, ich bekomme. Komm, ich mach mal die Augen zu. Mach die Augen zu, ich mach die Augen auf. Habe ich den schon? Ich glaube, ich hab den schon, ne? Ich hab den Nose-Pol klappt nochmal am besten. Ich mach den auch nochmal Nose-Pol. Kinn-Pol, der fühlt sich sauekelig an an der Fresse. Hä, hat gar nicht funktioniert. Hä? Loll, ich habe das Spiel verpackt, ich habe das Teil verpackt. Vielleicht muss ich jetzt die Nase benutzen. Kinn hat Vorarbeit geleistet, jetzt die Nase. Au, das hat ultra weh getan. Kriege ich? Toll, dafür habe ich jetzt die Nase gebrochen für einen Buggy. Komm schon. Oh, bist du doof? Ich halte das jetzt so nah vor meiner Fresse. Und wir bekommen, wir bekommen. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet, aber... Nehme ich sehr, 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 sehr gerne. Kraftlich Nose-Pol. Wieder ganz nah vor die Fresse halten. Und wir bekommen. Mein Goldene, das ist schon mal sehr toll. Wir bekommen. Yeah. Schulter-Pol. Soll ich mal Schulter-Pol machen? Ich mach Schulter-Pol. Okay, mach ich halt Schulter-Pol, wie ihr halt meint. Schulter. Ich wundert, dass nur keiner irgendwas Perverses geschrieben hat. Klappt das? Das klappt, ey, tatsächlich. So, okay. Schulter. Ich habe das Gefühl, mein Schulter ist richtig kacke. Ja, mein Schulter ist richtig kacke. Ich hasse meine Schulter. Ich würde die Sau deabonnieren, wenn ihr den YouTube-Kanal hättet. Iiiiii. Jetzt hat einer was Perverses geschrieben. Das war klar, darauf habe ich gewartet. Ich bin. Vielen Dank.